... 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 Chancenverwertung und auch das 2 zu 0 Maßarbeit, präzise Vorlage erst von Boateng und dann Stuart Panaby als Mr. 100% sein einziger Schuss im ganzen Spiel, auch der war drin. Also liebe Stuttgarter im Rückspiel, das Ganze vielleicht einfach umdrehen, dann klappt es hoffentlich noch mit dem Achtelfinale. To Job, oh a real opportunity, Panaby went down, stayed on his feet, oh he scored, Stuart Panaby has done it for Middlesbrough, surely now, surely now this game is the end.